Mein Name ist Charlotte. Ich bin elf Jahre alt. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich noch klein war. Ich lebe bei meiner Mutter und wir besitzen zwei Mäuse. Die weiße Maus heißt Honey und die schwarze Peach. Mein Vater wohnt zwei Stunden von uns entfernt. Dort leben wir dann zusammen mit einem Kater. Er heißt Sunny. Meine Eltern verstehen sich gut, doch andere Eltern, die sich getrennt haben, bekommen sich oft in die Haare. Sie verhalten sich dann oft wie Katz und Maus. Mir geht es sehr gut, denn ich sehe meinen Vater am Wochenende. Andere Kinder können ihren Vater und Mutter nie sehen, weil die Eltern sich da schritten haben. Aber ein Kind hat ein Recht darauf, regelmäßigen Kontakt zu beiden Eltern zu haben. END Untertitelung des ZDF, 2020